Jetzt der Meister, was kann er noch gut machen? Janne Aunen, ja! Teufel nochmal! Teufel nochmal! Und jetzt hat er auch das Glück, was im ersten Durchgang fehlte. Und jetzt segelt er in Dimensionen des Schanzenrekordes. Ganz weit ist da unten Janne Aunen. Und er macht das wahr. Er kann das auch. Er kann so viel Boden gut machen. Und jetzt werden die Bedingungen auch entscheidend sein bei den anderen 155,5 Meter, 4 Meter über Schanzenrekord. Ich kriege die Tür nicht zu. Früher gab es mal eine Fernsehserie, Spiel ohne Grenzen. Das ist ein Mann ohne Grenzen. Der ist so gut, dass man es nicht beschreiben kann. Ballerfreundschaft, dieser Sprung war ja wohl das Meisterstück der Saison. Das ist nicht zu toppen. Und er hat ihn gestanden. Und wie er ihn gestanden hat. Und er nimmt das zur Kenntnis, als wäre er hier 120 Meter gesprungen. Aber ich sage...